Heute reden wir über orale onkologische Therapien. Wie ist es eigentlich, wenn du dich zu Hause mit Tabetten versorgst, weil du beispielsweise in Krebs erkrankt bist? Bleib dran, damit wir dir alles ganz genau erklären, wie das funktioniert. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu unserem heutigen Video, wo wir besprechen, wie das ist, wenn man als Krebspatientin mit einer oralen onkologischen Therapie sozusagen zu Hause Tabetten einnimmt, aber dabei auch betreut und begleitet wird. Und wie das genau im Detail funktioniert, das erzählen wir jetzt gleich mit meiner ganz tollen Kollegin Magda, die ich heute ins Studio gekriegt habe, die mich aus der Fachapotheke Onkologie kommt. Magda, ich freue mich so mega, dass du da bist. Es ist schön, dass du hier bei mir bist und ich dich so ein bisschen ausquetschen kann. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Magda und bin Apothekerin und unterstütze jetzt seit knapp zwei Jahren das Team der Fachapotheke Onkologie in der Mediosapotheke am Standort der Charite. Toll. Und wir starten direkt mal gleich mit der Frage, was ist eigentlich genau das Besondere an dieser oralen onkologischen Therapie? Was passiert da konkret? Das Wichtige ist, einfach zu beachten, dass die Therapie zu Hause beim Patienten stattfindet und der Patient die Tabletten mit nach Hause nimmt. Und da gibt es einfach Sachen, die man beachten muss, beispielsweise den Schutz von anderen Mitbewohnern, sei es der Partner oder die Kinder. Kinder und dann geht es über die Lagerung bis hin zur Einnahme, die wichtig ist zu beachten. Und das Wichtige dabei ist auch, dass die Wirkstoffe von einer oralen Therapie gegen Krebs auch ein hohes Wechselwirkungspotenzial haben. Sei es jetzt mit anderen Arzneimitteln, die man einnimmt oder mit Nahrungsergänzungsmittel oder auch Nahrungsmittel. Zum Beispiel die Grapefruit ist ein wichtiger Kandidat. Und es gibt manche Therapien, die sind so, dass man da schon anfangen kann mit einer Prophylaxe, um gegen mögliche Nebenwirkungen schon mal anzugegenzuarbeiten. Und viele Patienten haben einfach auch noch individuelle Fragen und deswegen bietet sich so eine Beratung einfach an. Das klingt total gut. Sag mal, wer kann denn eigentlich so eine Dienstleistung als Krebspatientin in Anspruch nehmen? Wie funktioniert das? Im Grunde genommen jeder, der jetzt zum ersten Mal von seinem Arzt oder von seiner Ärztin ein Orales Thytosatikum verschrieben bekommt. Und wenn man sich erst mal orientieren möchte beispielsweise, dann hat man noch ein halbes Jahr Zeit, also sechs Monate Zeit, um sich Fragen zu überlegen oder Themen, die man besprechen muss und kann das dann noch in Anspruch nehmen. Okay. Und was passiert denn um in sechs Monaten? Wie geht es dann weiter? Tatsächlich hat man nur sechs Monate Zeit. Allerdings, wenn man mehr als fünf Arztlermittel einnimmt, kann man auch die andere pharmazeutische Dienstleistung in Anspruch nehmen. Wir bieten aber auch eine kostenlose Beratung an, wo trotzdem Fragen geklärt werden können, weil es uns wichtig ist, dass solche Fragen irgendwie beantwortet werden. Wir hatten ja tatsächlich schon mal ein Video gedreht mit unseren tollen Kolleginnen Frederike und Nina über pharmazeutische Dienstleistungen. Dienstleistungen, wenn du magst, kannst du mal bei uns im YouTube-Kanal gucken. Die haben wir tatsächlich irgendwie auch schon online gestellt. Da kannst du dich gerne mal informieren und gucken, was wir da irgendwie anbeten, ob da etwas tatsächlich dabei ist, was du in Anspruch nehmen kannst. Wie ist denn das irgendwie, wenn ich tatsächlich eben Krebspatientin irgendwie so bin, ich möchte diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Wie läuft dieser Termin ab? Wie muss ich mich melden? Was passiert irgendwie da tatsächlich? Also man kann bei uns in die Apotheke kommen, man kann uns anrufen, E-Mail schreiben und dann werden wir erstmal einen gemeinsamen Termin vereinbaren zu einem erstes Gespräch und da werden dann alle Daten aufgenommen, einmal worum geht es, um welches Arzneimittel geht es. Nimmt man noch andere Arzneimittel ein? Nimmt man Nahrungsergänzungsmittel ein? Oder möchte man welche einnehmen? Man möchte das vielleicht vorher abklären. Gibt es irgendwelche Sachen, die man bei der Einnahme beachten muss, bei der Lagerung? Und es wäre wichtig und schön, wenn die PatientInnen auch noch Arztbriefe oder Laborwerte mitnehmen, weil das auch nochmal ein bisschen mehr Einblick in die ganze Situation, die gerade besteht, gibt. Und dann wird dann alles auf Herz und Nieren geprüft und geschaut, ob es Wechselwirkungen gibt, ob es Nebenwirkungen gibt, die man schon mal beachten muss. Eine Internetprophylaxe gestartet werden kann und das Ziel ist eigentlich immer, dass die Therapie möglichst sicher und nebenwirkungsarm gestaltet wird und wenn dann diese Analyse abgeschlossen ist, wird der Patient nochmal eingeladen und die PatientInnen und dann wird alles besprochen. Das wird alles für die PatientInnen notiert und zusammengefasst und wir haben einiges an Infomaterial oder wichtigen Seiten, über die man sich noch weiter informieren kann und gegebenenfalls gibt es dann auch einen Arztbrief für die behandelte Ärztin oder für die Onkologin und deswegen fassen wir dann auch nochmal ein Schreiben zusammen. Und dann hoffen wir, dass wir alle Fragen geklärt haben und nach nochmal zwei bis sechs Monaten kann man dann nochmal sich melden, falls irgendwie neue Fragen aufgekommen sind, neue Nebenwirkungen entstanden sind, die man besprechen möchte, um dann so ein Folgegespräch zu führen, wo dann aber auch nochmal der Schwerpunkt mehr auf die Anwendungsfragen von den PatientInnen gelegt wird. Muss man dann irgendwie als PatientIn sich selber um den Folgetermin kümmern oder wird man automatisch irgendwie von der Apotheke irgendwie eingeladen? Da setze ich mir in den Reminder und kontaktiere die Patienten dann, weil tatsächlich nach zwei bis vier Monaten oder nach zwei bis sechs Monaten hat man das dann schon irgendwie vergessen, deswegen frage ich mir das direkt in den Kalender. Ah, das ist total gut, sehr schön. Sag mal ganz kurz, das ist ja so ein ganz emotionales, total berührendes Thema, wenn man mit KrebspatientInnen einfach jeden Tag irgendwie zu tun hat und sich irgendwie damit irgendwie auseinandersetzt irgendwie und gibt es für dich irgendwie so, ja irgendwie so eine Situation, die dich schon mal so richtig berührt hat, wo du sagst, boah, da wurde mein Herz so einmal gedrückt? Ja, es ist tatsächlich so, dass Krebs die Diagnose einfach ein lebenseinschneidendes Ereignis ist und viele Patienten haben auch einfach Angst, was jetzt passiert und müssen sich vielleicht auch erstmal orientieren, wo wir natürlich dann auch Partner sein möchten, um da die Orientierungshilfe zu sein und es gehört halt einfach Emotionen zu dem Thema dazu und auch viel Empathie und Zeit, die man sich nimmt, um alle Fragen zu klären. Und ich hatte tatsächlich eine Patientin, die super gerne Grapefruit isst und auch super gerne Grapefruit-Saft trinkt und wir haben glücklicherweise das Gespräch geführt, bevor sie schon die Grapefruit angeschnitten hatte zu Hause und ich habe dann gesagt, nein, Grapefruit ist leider verboten während der ganzen Therapie, aber wir haben dann eine gute Alternative gefunden und sie war glücklich und ich war glücklich und wir haben ihre Therapie sicherer gestaltet und das ist natürlich unser Ziel, wenn wir alle... Was war denn irgendwie die Alternative zu Grapefruit? Das waren dann Luschbonbons, die keinen Einfluss auf die Therapie haben. Das kann ich so nah vollziehen. Manchmal hat man ja, genau wenn etwas verboten ist, dann genau das will man dann eigentlich irgendwie gerne haben oder essen oder bekommen oder wie auch immer irgendwie. Aber stimmt, es ist irgendwie ein total emotionales Thema. Wir haben absichtlich irgendwie dieses Video irgendwie kurz gehalten, um dich wirklich knackig auf den Punkt irgendwie zu informieren, um dir irgendwie Informationen irgendwie an die Hand zu geben. Wenn du vielleicht gerade mit Krebspatientin irgendwie in Behandlung bist und Fragen irgendwie hast, dann steht die Fachapotheke Onkologie der Medios Apotheke irgendwie für dich jederzeit irgendwie zur Verfügung. Du kannst uns, wie Magda schon sagte, du kannst uns eine Mail schreiben, du kannst uns anrufen. Wir machen auch, du kannst auch einen Videotermin vereinbaren. Wir haben Videotermine, genau. Also es gibt irgendwie die verschiedensten Möglichkeiten, wie du, wenn du magst, mit uns in Kontakt treten kannst. Wenn du Fragen grundsätzlich irgendwie hast, wo du sagst, Mensch, jetzt in diesem Video hat sich für mich jetzt irgendwie noch was ergeben irgendwie so, dann schreib einfach einen Kommentar irgendwie direkt irgendwie unter das Video. Diese Kommentare leiten wir weiter an Magda, an die Fachapotheke Onkologie und schreiben die natürlich irgendwie zurück. Wenn du sagst, das Video hat mir voll gut gefallen, irgendwie dann freuen wir uns über jedes Like, oder? Immer. Und wenn du sagst, das ist wirklich interessant, was die Medios Apotheke grundsätzlich irgendwie hier für Videos irgendwie hat, dann uriniere einfach unseren Kanal, denn alle 14 Tage, immer jeden Donnerstag, und wir stellen dir ein neues Video ein, wo wir dir Tipps, Informationen, wo wir dir einfach zeigen, was wir als Apotheke irgendwie alles irgendwie anbieten. Wir nehmen dich auch einfach mal mit hinter die Kulisse und zeigen dir, wer wir eigentlich irgendwie sind. Liebe, liebe Magda, ich freue mich, wie gesagt, noch einmal so doll, dass es geklappt hat, dass du hier warst, dass wir irgendwie gesprochen haben. Und dann ist es ja einen zauberhaften Tag. Dir auch. Dankeschön. Und tschüss, ihr Dordrauten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020